Na? Nein, das ist aber nicht. Was ist das, Biest? Wie oft muss ich es noch sagen? Nicht im Flur rennen! Biest. Ah, jetzt kommt Junker nochmal wieder. Scheint, als hätten wir die Einheimischen aufgebracht. Kümmer du dich um sie. Ja, ja, wir haben skaffiert. Oh Mann, mit diesem Typen haben wir alle Hände vor uns geschnitten. Jo. Ah, okay. Sei schon viel mehr im Busy. Aber wir haben da noch ein Kistombot. In der nicht mit dem scheiß Typen beschäftigt wäre. Könnte sie mit dir auch auch haben. So, guck mal was. Zack. Hey, wer hat das nicht aufgesaltet? Ja, ich. Oh mein Gott. Junge, warum greifst du mich von hinten an? Wollt was Pies nehmen, dann macht ihr ihn einfach kaputt. Arschgeim. Ich dachte mir nämlich, ich könnte nicht nur weiter mal stehen bleiben. Auch ein Bauch die Fresse geben. Wahrscheinlich nicht. Meine Güte ey, haut doch ab! Ich möchte die Leute auch einfach loswerden. Hier nervig. Sonst was. Hallo, die da sollst du weghauen. Die nerven ja. Willst du Feuer kannst du dich kaputt machen? Hau die da um. Weg, hab ich gesagt. Verpiss dich doch mal. Nein, nicht. Ja. Dann könnte man ihm ja zählen. Ich weiß, was es ist schon so gut. Ich weiß, dass ich mir auch mal so spiele. Ah, ich weiß was, dass ich mir auch so spiele. Ah, ich weiß was, ich weiß, was ich mir auch so spiele. Ach so, jetzt läuft er wahrscheinlich dagegen und kloppt sie die Kiste ab. Ja. So, komm, das ist 4 von 4. Und das, hier geht's. Hm, das schickt er da fest. Ach, warte. Ah, da musst du jetzt genau mitstehen. Jetzt hauen wir da wieder. So. Jetzt habe ich's geschafft. Hat nur mitgedauert, wie ich kapiert hab, wie das jetzt genau funktioniert. Beziehungsweise, weil ich gemerkt hab, dass das Eismann ja auch Feuer ausmachen kann. Ach, ich einfach mal Kekinese benutzen würde, weil ich immer die Schottschild anmachen würde. Ja, jetzt war ich grad mit deinen scheiß Handlangen beschäftigt. Und dann nervig schon wieder im Weg standen. Oh, Mädel, ziehen die Kekinese! Ihr verpisst euch doch immer mal. Jetzt. Ah, okay, ich mach's schon wieder jetzt. Ah, okay, ich mach's schon wieder jetzt. Ja. So, weiß. Komm, hau den mal um. Dann, danke, dass ihr die Leute zerstückelt, die ich brauche. Dann, um Eismann. Ja, wenn gar nicht grad so ein Typ im Weg rumlaufen würde. Du auch weg! Achso. Du nerviger Typ. Die springen wir nicht im Weg rum, Juggernaut. Das läuft jetzt schlau. Ach, wie ist das schlau. Dann, wenn du einen schlau. Die Bärs nicht am Ende. Ja, ich teine. nein nicht so weder immer machst du das was du weißt du hast das wasser rein ich will jetzt mal nicht um das was einzuführen jetzt was jetzt Also außer 20, ja, wie geht's? Handlanger! Warum schlägst du mich immer weg, Mädel? Also, das war so. Das. Ich hab den Stonken natürlich gesehen. Hallo, nach oben. Links. Stöhnen den Pfeifern zu? Ja, also ich hab bis Schluss halt nicht gesehen, Stonken. Ach. Und jetzt greife ich den Schmeißenberg. Nein! Lass mich runter! Nein! Mein Helm! Was habt ihr gemacht? Was habt ihr gemacht? Faszinierend. Ja! Ja! Ich muss mich doch endlich mal da hinten hinwandern, ohne die ganze Zeit zu nerven. Ja! Da ist ja... Ja! Da ist ja... Ja! Ja! Mann, hör doch mal auf mit diesen ewig langen Animationen. Siehst du, wie viele Leute hier rumlaufen? Und ab dafür. Magneto ist entkommen. Sehr bedauerlich. Ich fürchte, dann sind wir Nick Fury ein paar Gefallen schuldig. Juggernout 9x, Level abgeschlossen, freispiel, freigeschaltet. Stopp, Beast und Iceman. Juggernout zum Kaufen freigeschaltet. Pyro zum Kaufen freigeschaltet. Und 142.000 Stats verdient. Damit haben wir jetzt endlich über 1.000.000. 1.000.000, man wird 11.000.000. 100%. 2 von 10 Minikits. Und 14 goldene Steine. 10 einmal. 1.000.000. 2.000.000. 1.000.000. 2.000.000. 2.000.000. Vielen Dank.